Wir sind heute beim Therm-Marathon in Bad Füssing und konnten uns die Show von Dieter Baumann ansehen. Dieter, erzähl doch mal was zu deiner Bühnenshow. Ja, es ist sicherlich ein bisschen was anderes, weil ich in meinen ersten vier Programmen auf der Kleinkunstbühne immer vom Laufen erzählt habe. Und es hat mich immer ein bisschen gestört. Und bei meinem aktuellen Programm habe ich sozusagen das Laufen ins Zentrum gerückt und ich laufe auf dem Laufband tatsächlich fast das ganze Programm, gestaltete es da drumherum. Und ich glaube, das ist schon sehr außergewöhnlich, weil es gibt keinen Kleinkunstkünstler, der sein Programm eine Stunde 30 auf dem Laufband verbringt. Und morgen früh läufst du auch beim Therm-Marathon in Bad Füssing mit über die zehn Kilometer. Was hast du dir vorgenommen? Ja, wenn man so will, war das Warmlaufen, mein Programm und morgen 10K, 42.30.